Jo moine Leute, herzlich willkommen zum 19. Spieltag mit den Predictions der Kreisliga A für den Kreiswöchster. Saison 20, 23, 24 Predictions am 19. Spieltag. Los geht's. Heute um 14.30 Uhr. Tick Brackel schlägt Tuss Lüchstring mit 2 zu 0. Um 15.00 Uhr. SG Scherber-Würde-Rimbecks-Rexen unterliegt SG Marienmünster-Richnau mit 2 zu 5. SV Erster unterliegt SG Alpaxen-Stahler 3 zu 6. SG Dallarsen-Titel zum Rote schlägt Tuss Finderweg mit 7 zu 2. Dann TSC Steinheim unterliegt SG Blau-Weiß-Weser 1 zu 3. SG Spielvereine Gunk-Egger gegen SG Erklenhemsen im SG-Duell. Das Ganze geht 1 zu 4 aus für SG Erklenhemsen. Herzlichen Glückwunsch. Um 16.00 Uhr. SG BK mehr schlägt SV Fisner-Bürdexen mit 3 zu 1. Und um 17.15 Uhr. Spielvereine Gunk-Brake 2 gegen FC Blau-Weiß-Würde-Rimbecks-Rexen. Das Ganze geht 3 zu 2 aus für Brake 2. Herzlichen Glückwunsch. So das war's vom 19. Spieltag mit den Predictions der Kreisliga A für den Kreis Höchster für die Saison 2023-2024. So lasst ein Like, da das noch gut geht. Ciao. Bis zum nächsten Mal.